Heute zeigen wir euch, wie ihr unsere Super Seal Stecker ideal verarbeitet. Raussuchen, verkrimpen und entriegeln. Wir bieten euch natürlich dafür auch immer das passende Werkzeug an. Ja, welche Möglichkeit ihr habt, die Super Seal Stecker zu bestellen und wie ihr sie dann verarbeitet, das zeigen wir euch jetzt. Die Super Seal Serie wurde entwickelt, um höheren Ansprüchen gerecht zu werden. Hier geht es einmal um die Wasserdichtigkeit und auch um die Staubdichtigkeit. Ja, die Super Seal 1.5 Serie entspricht der IEC 529 und hat die Wasserdichtheitsklasse IP67. Hier ist es natürlich klar, für was das gebraucht wird, das heißt im harten Einsatz. Hier geht es einmal um die Landwirtschaft, Fahrzeugbau, aber natürlich auch um Baumaschinen, da wo natürlich Anstecker auf dem Dreck und im Staub sind. Apropos verbaut, wo finden wir den Einsatz? Einmal hier in der Heckleuchte oder zum Beispiel in der Zündspule, in der Seitenmarkierungsleuchte oder auch im Nebelscheinwerfer. Überall finden wir die Anwendung von Super Seal. Jetzt möchten wir euch zeigen, wie schön und einfach ihr bei uns zum Beispiel Super Seal Stecker raussuchen könnt und wie ihr das ganze Zubehör findet. Das heißt, hier haben wir einmal die losen Gehäuse. Da ist natürlich direkt unten drunter verlinkt, welchen Kontakt wir brauchen, welche Dichtschutzstoffe noch benötigt werden, Entriegelungswerkzeuge oder Verkrimmwerkzeuge. Dann haben wir die Möglichkeit, hier vorne in dem Bereich, da sind wir dann bei den Pins. Hier steht natürlich noch mal mehr dabei, was man dann noch alles zu braucht, detailliert. Auch wieder die ganzen Werkzeuge. Dann haben wir noch mal die Möglichkeit, hier aber auch einen fertigen Stecker zu kaufen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte hier gar nichts verkrimmen, will kein Werkzeug benutzen, haben wir hier Repcon Solutions. Da haben wir noch mal die Möglichkeit, auch einfach den fertigen Stecker zu kaufen. Oder wir haben auch die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ich will das selber bauen, aber braucht nicht die großen Mengen, haben wir hier Steckgehäusesätze. Das heißt, das geht dann von einpolig los. Da könnt ihr dann gucken, ist immer direkt alles miteinander dabei. Das heißt, Male Female Pin und auch das Gehäuse, wo ihr nachschauen könnt, wo ihr einfach alles beieinander habt. Und natürlich für die Leute, die sagen, ich brauche das noch ein bisschen mehr, habt ihr hier, wie ihr seht, auch die Sortimente. Das heißt, einmal das kleine Sortiment und natürlich auch einmal noch mal unser großes Sortiment. Jeweils auch immer mit dem Einlegeblatt dabei. Da könnt ihr auch immer schauen, könnt sagen, okay, hier steht die Artikelnummer dabei und könnt ihr ganz entspannt sogar nachbestellen. Ja, und an der Stelle noch ein Buddy-Hinweis. Immer dran denken, ein Entriegelungswerkzeug wird immer dem Krimp-Kontakt zugeordnet, nie dem Gehäuse. Das heißt, immer diesen Kontakt habe ich, da brauche ich den Entriegler für. Jetzt sind wir hier mal auf der Seite, wo die Steckgehäusesätze mit drin sind und zeigen euch hier bei dem Zubehör, was ich eben schon erwähnt hatte. Das heißt, hier haben wir einmal die Zange. Das System ist ganz einfach. Ihr könnt euch auch verschiedene Längen aussuchen. Das heißt, hier haben wir einmal den Kopf, den können wir auch auf den kurzen Griff draufsetzen. Das ist jetzt der lange. Das ist das Krimpo 10 System. Oder wir haben hier auch noch mal die Möglichkeiten mit dem Krimpo 30 System. Das ist natürlich ein bisschen größer, die Zange. Die baut ein bisschen mehr auf und hat hier hinten aber auch, wie beim Krimpo 10 System, einen Positionierer. Das heißt, die kleinen Kontakte, sage ich mal, wenn man sie nicht mehr greifen kann, dafür haben wir hier die entsprechende Zange. Solltet ihr nicht eine spezifische Zange kaufen wollen, haben wir natürlich aber auch noch unsere Krimzange, die Universalzange. Das heißt, hier vorne haben wir einen lasergeschnittenen Kopf mit den entsprechenden Gesenken. Ganz großer oder einfacher Unterschied erklärt, hier krimpe ich alles auf einmal. Das heißt, den Kontakt und den Dichtschutzstopfen und hier müsste ich halt zweimal. Aber es ist alles eine Frage der Größe und natürlich auch eine Frage des Preises. Das habt ihr dann hier direkt hinterlegt. Das heißt, hier steht auch Super Seal mit dabei. Hier wäre die Artikelnummer mit dabei. Das ist jetzt hier einmal in unserem Werkzeugkatalog oder auch bei der Krimpo 30 auch da hinterlegt. Entriegler gibt es zwei Stück. Das heißt, wir haben einmal hier den Entriegler für den Kontakt selber, aber auch für die Sekundärverriegelung. Gerade jetzt bei dem Mama-Gehäuse ist es ein bisschen schwierig, das rauszuholen. Das heißt, da haben wir einen Haken, der auch eine entsprechende Festigkeit braucht. Das haben wir hier noch mit dabei. Ja, und ihr findet es nicht nur im Installationskatalog. Ihr findet es natürlich auch online oder wie eben schon gesagt im Werkzeugkatalog. Ja, der perfekte Krim, der fängt natürlich beim Abisolieren an. Deswegen auch eine professionelle Abisolierzange. Gehe ganz einfach hin, kann hier natürlich meine Länge einstellen. Habe jetzt abisoliert und gehe ich hin, bringe die Einzelleiterabdichtung übers Kabel. Dann nehme ich die professionelle Zange. Hier ist der Vorteil, dass ich hier immer so einen Anschlag habe, wo ich meinen Kontakt reinstecken kann. Und dadurch ist der Kontakt zwangsgeführt und ich habe nicht die Problematik, dass ich irgendwo zu weit oder zu flach irgendwo was verkrimpen kann. Anschließend gehe ich mit meinem Kontakt rein, verkrimpe die Geschichte und habe hier den perfekten Krimp. Jetzt sagen viele, okay, Zangensystem anschaffen, viel Geld ausgeben. Ich brauche das nicht so oft. Herd und Bus hat natürlich auch die Möglichkeit einer Universalzange und bei dieser Universalzange sieht es ganz genauso aus. Auch hier kriege ich einen perfekten Krimp hin. Ich gehe auch hier wieder hin, isoliere ab, gehe dann rüber. Dann nehme ich meine Universalzange, die so aussieht. Hier bei der Universalzange ist es wichtig zu beachten, dass ich auf den Öffnungen hier immer auf einer Seite eine Spitze habe. Da wo diese Spitze ist, da muss ich die Öffnung vom Kontakt hin machen, weil die nämlich dafür sorgt, dass ich diesen sogenannten B-Krimp kriege, den ich auch haben möchte. So, gehen wir jetzt ganz einfach hin, legen hier meinen Kontakt rein, drücken das ein bisschen an. Jetzt gehen wir hier hin, sagen okay, in die passende Kammer rein, ich verkrimpe die Geschichte, habe natürlich jetzt den Nachteil, ich habe nur einen Krimp, ich muss jetzt nochmal ansetzen, gehe dann hinten nochmal in eine größere Kammer rein und verpresse dann noch die Einzelleiterabdichtung, drücke die leicht ran und dann sieht man folgendes, beide Krimps sind professionell und beide sind von Profis gemacht. Hier sind jetzt die zwei Entriegler, einmal hier, das ist der, um den Kontakt zu entriegeln und hier haben wir auch nochmal den Entriegler für die Sekundärverriegelung. Hier haben wir die zwei Gehäuse, einmal Male und Female. Hier ist jetzt so, bei dem Male-Gehäuse kann ich jetzt hier einfach mit der Hand auch die Sekundärverriegelung abnehmen, das geht da relativ einfach. Jetzt habe ich hier meinen Entriegler für den Pin, den setze ich hier vorne genau zwischen die zwei Nasen, habe dem Kabel vorher einen Schub nach vorne gegeben und kann jetzt hier ganz sauber entriegeln. Das heißt, ganz wichtig für euch, dass ihr hergehen könnt und könnt sagen, okay, ich kann was entriegeln und kann es danach auch wieder einführen. Jetzt hatten wir ja die Sekundärverriegelung draußen, hier haben wir jetzt unseren Entriegler, den wir am Anfang auch hatten, bei dem anderen Gehäuse, setzen wir vorne an, wichtig ist da drin, die Nase ganz locker zu erwischen. So war ich gerade unterhalb vom Kontakt und et voilà, hier haben wir den Kontakt draußen und hier kann man sauber sehen, dass die Nasen ist alles in Ordnung und das ist ganz wichtig, dass wir das Kabel nachher auch noch weiter verwenden können. Jetzt habt ihr gesehen, wir einfach mal einen Super-Seal-Stecker raussuchen, verkrimpen und entriegeln kann. Und alles weitere, was ihr wissen müsst, findet ihr natürlich bei uns in dem Installationskatalog, im Online-Katalog und im Beschreibungstext. Und nicht vergessen, abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.